Hallo und willkommen bei einem weiteren C++11 Tutorial. Wir werden heute die sogenannte Ranged Base Vorschleife kennenlernen, beziehungsweise auf Deutsch wäre das die preisbasierte Vorschleife. C++11 hat es geschafft, eine neue Vorschleife einzuführen. Wir haben in C++ grundsätzlich bereits eine Art For Each Schleife. Ihr kennt die Standardvorschleife, wo wir entsprechend ein int i gleich 0 und so weiter definieren und irgendwie Iterationen dadurch bekommen, indem wir i gegen irgendwas laufen lassen und so weiter und so fort. Und die preisbasierte Vorschleife läuft entsprechend ein bisschen anders ab. Wir haben in C++ bereits die For Each Schleife, die gibt es tatsächlich, die läuft aber mittels Iteratoren, mithilfe von Iteratoren. Und in vielen Programmiersprachen gibt es sowas wie, ich habe hier eine Variable, war i, möchte in Zahlen über den Array Zahlen iterieren. Irgendwie so ein Konstrukt gibt es in verschiedenen Programmiersprachen. Und C++11 hat auch sowas jetzt eingeführt mit der sogenannten preisbasierten Vorschleife, beziehungsweise Ranged Based For Loop in dem Fall. Und ich zeige hier in diesem Video, wie die funktioniert und wie ihr sie definiert. Wir haben hier in der Vorschleife, müssen wir, bevor wir diese programmieren können, möchte ich mal eben schnell ein Array definieren aus ein paar Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich möchte jetzt diese Zahlen ausgeben, indem ich mit dem Array da drüber laufe. Wir haben es mit der int i damals immer gemacht. Und hier gibt es die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte hier jetzt eine Vorschleife haben, im C++11-Stil. Und da läuft die Deklaration so, die Syntax so, dass wir hier erstmal eine Variable, eine neue Variable deklarieren, der als Repräsentant eines einzelnen Wertes hier drin ist. Wir haben hier ein Zahlen-Array von Integern, deswegen brauchen wir hier auch einen Speicher, der einen dieser Werte auch aufnehmen kann. Das ist int-Zahl. Das soll ein sogenannter Platzhalter oder auch ein Objekt sein, der über etwas läuft, von der ersten Stelle, zweiten Stelle, dritten Stelle, komplett durchläuft in Zahlen. Das ist die Deklaration. Wir haben jetzt hier eine ForEach-Schleife sozusagen, beziehungsweise bereichsbasierte Vorschleife, wo entsprechend die Variable Zahl über die Zahl iteriert und von Vorschleife zu Vorschleife, also von Iteration zu Iteration, über die einzelnen Elemente iteriert. Und Zahl ist sozusagen die Zahl selbst, die ist erstmal die 1, dann die 2, dann die 3. Sprich, die Werte in Zahlen werden in Zahl kopiert, damit wir jetzt diese Zahl auch beispielsweise ausgeben können oder verarbeiten können, wie wir es halt mit generellen Vorschleifen gewohnt sind. Wenn ich das Ding mal ausführe, müssten wir eigentlich sehen, dass wir ein Array haben, eine Ausgabe von 1 bis 5 haben. Woher weiß jetzt unsere Vorschleife, wie lange er überhaupt laufen soll? Intern ist es natürlich ein bisschen anders geregelt. Ich kann euch nicht sagen, ob es jetzt über Iteratoren gelöst ist intern. Fakt ist aber, die Vorschleife bietet uns die Möglichkeit, über ein Array oder generell über alle Arten von Containern zu iterieren, die entsprechend eine gewisse Iteratoren zur Verfügung stellen. Ich bin mir ziemlich sicher der Annahme, dass wir, wenn wir eine eigene Klasse programmieren und eine For-Each-Schleife haben wollen, Hürden für die eigene Klasse, dass wir dazu auch den ein oder anderen Iterator Beginn, End etc. implementieren müssten. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir wollen hier nur die bereichsbasierte Vorschleife im Allgemeinen kennenlernen. C++11 liefert so eine Schleife. Welchen Vorteil hat das Ganze? Wir haben jetzt hier eine verkürzte Syntax. Wir haben eine Zahl-Doppelpunkt-Zahlen. Das sieht sehr schön aus, ruckzugeschrieben. Man gewöhnt sich daran. Ein anderer Vorteil ist, diese Syntax funktioniert überall bei verschiedenen Vektor- und Containerklassen. Wenn ich jetzt einen Vektor erzeugen würde, der genauso aufgebaut ist, Zahlen 2 nenne ich diesen Vektor mal, dann initialisiere ich den genauso, indem ich hier einfach den Teil kopiere. Jetzt habe ich einen Zahlen 2. Ich könnte jetzt also hergehen und tatsächlich hier einfach über Zahlen 2 iterieren. Das heißt, Zahl iteriert jetzt über Zahlen 2, beziehungsweise die Vorschleife iteriert über diese Liste. Und Zahl ist eine Repräsentanz sozusagen eines Wertes. Wenn ich das mal ausgebe, dürfte ich eigentlich wieder die gleichen Werte bekommen, obwohl ich diesmal über einen Vektor iteriere. Die Syntaxe ist also gleich geblieben. Die Standard-Container-Arrays, C++11-Array, Vektor, Map, Watt auch immer unterstützt entsprechend diese Syntaxe, sodass wir mit der Vorschleife, mit der preisbasierten Schleife, überall alles iterieren können. Wir müssen jetzt performance-technisch auf einiges achten. Wir haben hier jetzt jedes Mal eine Kopie. Es wird jedes Mal eine Kopie erzeugt. Wenn wir jetzt ein Array von Objekten hätten, wäre diese Kopie teuer. Die Vorschleife wäre sehr teuer. Wir können also, wenn wir zum Beispiel eine Vorschleife haben, die eigentlich nur etwas ausgeben soll, oder etwas nicht gefährliches tun soll, oder wir wollen vielleicht einzelne Werte in dem Array ändern, können wir dies tun, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte jedes Element in diesem Array auf 0 setzen. Wenn ich das auf die Art machen würde, hätte es überhaupt keinen Effekt. Ich beweise euch mal, dass ich das nochmal über die Liste iteriere und nur ausgebe. Und dieser Array soll eigentlich alle Zahlen auf 0 setzen. Und hier prüfe ich, ob alle Zahlen auf 0 gesetzt worden sind. Ich führe es mal aus. Und wir dürften eigentlich sehen, dass das nicht geklappt hat. Überall immer noch 1, 2, 3, 4, 5. Das liegt einfach daran, dass diese Variable als Kopie fungiert. Wenn ihr wollt, dass diese Variable, der Wertzahl, eine Referenz ist auf diesen Speicher, dann müssen wir einfach hier vor ein uns schreiben. Damit haben wir Performance gewonnen. Und wir haben die Möglichkeit, mit den einzelnen Werten direkt zu arbeiten. Wir sind jetzt gerade mit Zahl in dem Feld 1, in dem Feld 2, in dem Feld 3 etc. Und können dann entsprechend die Werte verändern. Wenn ich das jetzt ausführen würde, hätten wir tatsächlich für Zahl überall eine 0 geschrieben, beziehungsweise in jedem Feld eine 0 geschrieben. Weil in jedem Iterationsschritt, in jedem Schleifendurchgang, ist Zahl sozusagen eine Referenz auf das einzelne Feld. Wir sind jetzt sozusagen per Referenz da drin und arbeiten praktisch mit Zahl mit diesem originalen Feld. Hier hätten wir nur eine Kopie erzeugt. Das gleiche Thema ist halt bei Call by Value und Call by Reference ähnlich gedacht. So ist es auch hier. Wenn ihr eine Referenz habt, habt den Performance-Vorteil, habt aber jetzt die Gefahr, ihr könntet in der Vorschleife, die ja eigentlich nur was ausgeben soll, vielleicht versehentlich was ändern. Wenn ihr den Schutz haben wollt, schreibt ihr davor einfach Constant. Und das ist der übliche Stil, den man gerne verwendet. Constant und und dann entsprechend die Referenz auf eines dieser Felder und wie Iterin komplett durch. Das ist die sauberste Variante. Genau, weil man so oft die ForEach-Schleife benutzt und meistens zu faul ist, hier den Datentypen konstant einzutragen, gibt es die Möglichkeit, Schlüsselwort Auto zu verwenden. Auto ist ein Schlüsselwort, der automatisch den Datentypen ermittelt durch eine Zuweisung und hier erfolgt nichts anderes als eine Zuweisung. Wir haben also einen Wert aus Zahlen 2 hier zugewiesen und der erkennt dann, ich muss ein Integer sein. Da er aber auch Const sein soll, kann ich auch Const Auto schreiben. Wenn ich das mal ausführe, müsste es auch immer noch funktionieren. Das heißt, Auto ist ein Schlüsselwort, den man hier bei ForRange-Based ForSchleifen in der Regel benutzt. Und da ist es auch durchaus gerne gesehen, dass das Auto da steht. Das ist einfach nur eine Hilfe, damit wir nicht einen komplizierten, haben wir hier zum Beispiel kein Int, sondern ein meine Klasse Template am besten noch. Wenn wir so etwas Komplexes hätten, dann müssten wir jedes Mal auch bei der ForRange-Schleife den Datentypen auf die Art angeben. Und ihr merkt schon, das wird sehr unübersichtlich. Wir wollen ja mit dem C++11-Konstrukt ein bisschen eleganter programmieren, warum nicht da die Auto verwenden. Das ist die Art und Weise, wie ihr die ForRange-Schleife benutzen könnt. Also die Grundidee ist, ich bin ein Repräsentant eines der einzelnen Felder. Ich bin in jedem Iterationsschritt, ich rede jetzt im Kontext der Zahl, Repräsentant für eines dieser Felder. Und in jedem Iterationsschritt kriegt Zahl immer die nächste Zahl. Mal die 1, mal die 2, mal die 3, mal die 4. Und damit kann ich arbeiten. Will ich direkt in den Filtern etwas ändern, muss ich eine Unt-Seile draus schreiben. Wenn man das natürlich mit der ForRange-Based-Schleife lösen möchte, dann muss man das auf die Art machen. Noch eleganter fände ich das, wenn ich dann Auto-Und schreibe. Wer möchte, weil es verwirrt, kann bei Int bleiben. Ich mache es halt nur einhaltig. Wenn ich immer die ForRange-Based-Schleife benutze, mache ich es grundsätzlich einheitlich. Und einheitlich heißt für mich, überall bei dieser Art von Schleife Auto zu verwenden. Weil ich aber weiß, dass es eine Referenz ist, ich will nichts ändern, sorge ich noch für Const-Correctness. Das ist eigentlich auch schon alles. C++11 liefert auch noch die Möglichkeit, mit den sogenannten Initializer-Listen, sozusagen Initialisierer-Listen, anzuklegen. Und wir könnten hier jetzt direkt sagen, ich möchte eine Liste von Zahlen hier haben, mittels denen ich jetzt, über die ich iterieren kann. Das heißt, wir haben hier so eine Art Initializer-List, auch ein Thema. Initializer-List, entschuldigt meine Rechtschreibfehler, wenn ich irgendwas falsch geschrieben habe, Initializer-List, das ist auch ein C++11-Thema, das werden wir auch noch kennenlernen. Und diese Art von Liste erlaubt es uns, solche Arten von Definitionen zu machen, Deklarationen zu machen. Wir haben Zahlen direkt mit dieser Liste definiert. Ihr seht hier ohne ein Gleich, beim Int-Zahlen-Array genauso. Und diese Initializer-List erlaubt uns, einheitliche Definitionen. Und hier haben wir sie direkt verwendet, um ein temporäres Array zu erzeugen, über das detailliert werden soll. Auch das ist ein Konstrukt, das üblich ist und auch funktioniert. Beziehungsweise, wenn ich hier den Fehler jetzt wieder rausnehmen würde, dürfte eigentlich wieder alles funktionieren. Ihr müsst nur darauf achten, dass ich glaube, wenn ich das Konst wegnehmen würde, müsste ich mal aufpassen, was der dann raus macht. Keine Ahnung, was das Standardverhalten hierbei ist. Hier dürft ihr nicht vergessen, das ist eine temporäre Kopie. Diese Variablen, diese Werte stecken nicht in einem Speicherplatz, also nicht in einer Variable. Und hier bin ich in der Referenz. Da müsst ihr aufpassen, ich weiß nicht, wie sich C++-Standard da verhält, dass ich, wenn ich keine Konstreferenz habe, auf Literale, wie sich das verhält, das weiß ich jetzt gar nicht. Für denjenigen, dem das jetzt zu hoch war, keine Sorge, ihr werdet noch demnächst verstehen, was ich damit gerade gemeint habe. Wir können auf konstante Literale, sprich konstante Zahlenwerte, konstante Stringwerte, das wäre zum Beispiel das da, das sind die sogenannten Literale, können wir nicht einfach eine Referenz bilden. Ich kann nicht sagen, String, Referenz, Ref, gleich, einen konstanten Ausdruck, das geht nicht. Das geht nur, wenn ich davor noch ein Konst schreibe, dann erlaubt C++11 das. Und das ist genau dieser Effekt, den ich hier jetzt gerade da habe. Ich habe hier eine konstante Werte und habe hier aber jetzt eine nackte Referenz. Das dürfte theoretisch nicht gehen, mein Compiler hier erlaubt das. Ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt C++-Standard-konform ist, aber solange es funktioniert, alles gut. Ich würde darauf achten, passt bitte auf, dass ihr da ein Konst dazu schreibt, dann tut es euch in Zukunft wahrscheinlich bei keinem Compiler weh. Das ist C++11, die bereichsbasierte Vorschleife, die wollte ich euch vorstellen. Das ist etwas Unüblicheres, was ich gerade mache mit der Initialisierer-Liste bzw. Initialisierer-Liste. Die Initialisierungsliste ist bei Konstruktoren und das ist Initialisierer-Liste. Und hier haben wir entsprechend diese Art von Verwendung. Das ist so der Gingew-Standard. So, jetzt habt ihr auch die Range-Based-Vorschleife kennengelernt. C++11 ist ein schönes Thema, diese Schleife. Mittlerweile einer meiner Lieblingsschleifen. Hier habt ihr halt einen Nachteil. Der einzige Nachteil ist jetzt, wenn ich jetzt ausgeben möchte, C++11, das ist die erste Zahl. Ja, wo komme ich jetzt auf die Information an die erste, zweite, dritte, vierte? Ich habe ja kein I mehr. Bei der I-Schleife hätte man das ja auf die Art machen können. I plus 1 die Zahl. Ja, das ist natürlich das Nachteil. Da müsste ich jetzt vielleicht auf die I-Schleife zurückgreifen oder ich müsste hier temporär einen I-Zähler bauen, der mir dann so folgende Ausgabe generiert. Ich zeige euch mal, worauf ich hinaus wollte. Dann versteht ihr das jetzt besser. Hier. Gut, das ist dann jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe hier doppelt iteriert. Ich mache die Iteration hier mal weg. Und habe hier, dann seht ihr gleich, das ist die erste Zahl, eins, das ist die zweite Zahl, dritte Zahl. Wenn ihr so etwas Zählbares auch ausgeben wollt, eine Zahl ausgeben wollt, eine Nummerierung ausgeben wollt, wäre es vielleicht sinnvoller, diese Schleifen mit einer VI-Schleife zu machen. In diesem Fall allerdings will ich das vielleicht gar nicht. Dann ist diese Schleife natürlich viel eleganter und schneller geschrieben. Gut, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, könnt ihr mich jederzeit melden, unter den Kommentaren oder im Livestream. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.